Ja damit Willkommen zurück mein Lieben. Hallo Skelt3. Lagervorräte. Freizeitsandern. Waren hinzufügen. Gut. Wiesnke. 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 Was ist mit den Leuten hier? Wir Druiden sind sicher. Und für diejenigen die hier zu Fliege haben. Dann kann Sylvanus sie schützen, als sie ihre Reise weitergehen. Ok. Ich habe gesagt dass die Region von allein können wir das nicht überleben. Ja. Flumme Zeiten für den Spiel. Wie gesagt. Es ist eine drastische Maßnahme. Aber die Überleben der Grove ist paramount. Ich suche einen Heiler. Nettie. Nettie. Betauschen. Handeln. Halt. Halt. Wiesnke. 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 Kann ich mal ein bisschen. Könnt man eigentlich alles weghauen. Was haben wir hier? Entschuldigung, das Geschossfang. Die anderen Griffe abfangen und den Schaden zu den Geschicklichkeitsmotivator verringern. 5 bis 13, 5 bis 9. Polster der Rüstung. Jetzt müssen wir mal die Stärken die anderen kennen. Ring des Werfens. Bonus auf Schadenswürfe. Gegrüchter Kruton. 15 Lagervorräte. Wir haben aber nur noch 13 Geld. Schriftrolle mit Toten sprechen. Spiegelbilder. Ja. Körperlicher Beistandwelt. Ein Bonus von 1 auf Stärke. Rettungswürfe und Stärkewürfe. Nachteil Heimigkeit wirfen. Ja. Weniger Hebschaden. Und das Untersuchung. Was willst du denn dafür haben? Warte mal Handeln. Ausrüstung. 272. Stilwert. 340. Wo ist unsere Kohle? Wo steht denn das gleich nochmal? Ach wir haben ja noch den Hut, diese Axt. Das können wir auch noch verkaufen. Dann haben wir die Rüstung mit. Kaufen den Hut. Axt weg. Das weg. So. Äh. Fellrüstung. Fellrüstung. Na Tod plus 1. Gättenheim. Stufe 14. 1. Weniger Hebschaden. Aber wir haben ja jetzt die geholt. Okay. Jetzt lassen wir durchchecken. Die Schaufel brauchen wir glaube ich zum Ausgraben von irgendwas. Das können wir mal hier alles hochholen. Hier unten holen wir was. Ähm. Ja. Sortieren wir nach. Hier war das ne. Ach. Typ. Oh. Dann haben wir hier dieses Rüstungsdingen. Das ist schon mal besser. Das tun wir uns gehen. So. Das ist 14. Was hast du? 11. Und du? 15. 14. 15. Dann nimmst du hier den Schuppenpanzer. Ungeübt. Trägst du Rüstung. Jetzt war deine Rüstungsklasse aber dein mangelnde Übung bedeutet dass du bei einigen Waffen Nachteilen keine Zauber wirken kannst. Ah. Warte mal. Wir wählen ihn aus. Dann zeigt sie uns doch. Genau. Okay. Er hat hier Nachteil bei Heimischkeit geworfen. Und mit der Rüstung ist er ungeübt. Das heißt. Die hat mittler Rüstung. Aber die hat schon 15. 14. 14. Okay. Ich möchte gerne Waren sehen. Vielleicht dieses Fell. Und die jetzt. Verkaufen. Kriegen wir bloß 38. Wir haben jetzt noch 300. Irgendwas. Und das Fell. Ringpanzer. Rüstung. Rüstung des Heckenwanderers. Rüstung des Hezes. Rüstung des Hezes. Das sind so 30. Beides. Da für 200 herkommen dann immer die mit. Okay. Dann gehen wir nochmal auf ihn. Er hat eine leichte Ah, mittlere Rüstung Geht das? Das geht Das geht, okay Dann hat er jetzt 13 statt 11 Dann kommen die zwei eigentlich hier Verticken Wo waren wir das? So Die weg, die weg Das ist eine Bonusaktion Irgendwelche Maschinen Antreiben, okay Jo Gut Dann Gucken wir mal Was haben die hier? Das ist eine gute Die weg Herrs! Wir können nicht einfach nur gehen! Wir sind keine Kinn! Ich werde nicht unsere Leben, unsere Fücher auf Menschen, die gut als die totale Wir müssen für Baldur's Gate einmal Wir können alle nur ein Moment bitte Was ist die Sache in Blades und Spell wenn wir nicht unbedingt benutzen? Wir sollten bleiben! jeder einzigen klinge kann den unterschied ausmachen nicht, der Ort ist eine Todesfrau. Wir müssen sofort weg. Oder du hier an deinem Bruder, seine Chance an Fortunen in Baldur's Gate? Ich konnte euch hier was verdienen. Okay, sie bleiben. Erstmal, erstmal, seltsame Ochse, langweilte Ochse, hungrige Ochse, okay. The Blade of Frontiers. What a thrill for the children. They're tough kids. Smart, too. The future's in good hands. We've known enough grief this ten-day, traveler. Don't be the cause of more. Mm-hmm, mm-hmm. You'd die if I met Leroic and reeking of this place. I'll never get the smell of my clothes. I'll have to burn them. Damn droids. Amuses were wanted to all this. So, no helping it. We're exposed now. Ah. Dammon. Was hat er? Warum ist da so ein... Okay. Die Schwierigkeit fällt gleich auseinander. Seid ihr ein Schmied? Jetzt kommt die Katze wieder. Lasst mich eure Waren sehen. Mm. Hm. Wow. Wow. Untertitelung. BR 2018 Kampfstab. Jagd-Kurzboden. Offenverzauberung 1. Die könnten wir ruhig mitnehmen. Noch so einen Langbogen, oder? Ich glaube, man macht so Langbogen mit. Der Räumen. Ich hab den Räumen. Ich bin ein Bremsen und Butter-Tinsmith. Aber Elterell fällig in die Welt. In den Tagen meine Telenke sind eher... ...ecklektische. Ich habe viel gelernt in meiner Zeit in Hellen. Ich hoffe, ich verletze die meisten davon. Aber zwischen mir und mir... ... gibt es nichts in den ganzen Welt, ... wie die kraftvolle Kraft der Infernalen. okay so wir nehmen diese armbust und den bogen unsere heilerin glaube ich so machen wir das erst mal dann können wir das zu warnen zu fügen und das auch zu warnen zu fügen zwei bis neun hier bis neun könnte man es eigentlich gleich noch verkaufen gehen weg gehen weg goblins druids this grove is a death trap grab what you can and get out that's my advice speichern you ain't gonna shoot me your hands are shaking put it down she can't fight back that's the point get out of the way she didn't kill your brother arca you're better than this shoot before you lose your nerve tiefling if you ever had it to begin with you're gonna kill him too you move nein man schießt mich ganz einfach oder das wird rechnen nicht rechnen und es wird nichts andern ja hmm 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 oh ich brauche ein schön oh ja okay you're right i wish you weren't i really do Genau, weil Rache einen auf Weißt du, was die Koblenz zwei Siege an einen Tag bescheren? Nein, es ist zu lange, um Freunde zu machen, wargme. Meine Gemeinschaft kommen. Sie werden diesen schönen Ort für die Glorie des Absolutes und angen Sie bei Ihren Guts. Sie werden die Gesichter auszunehmen und schrauben sie zu einer Schrauben. Okay. Ja. Okay. So, mal eben speichern wieder. Wir holen die ja dann raus. Und ich weiß jetzt schon, dass das nicht hier lang geht. Sondern wir müssen woanders lang. Aber wir gehen erstmal zu den Haien. Jetzt holt ein andere Götter. Die Holzgästen werden alle leer sein. Wir können mal gucken. Hoch. Okay. Schlafsack. Hm. 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 Okay. Hm. 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 Wie jetzt? Er wollte mir den Ring schenken, aber jetzt will er Bezahlung dafür. Warum? Ich bezahle dich mit Erfahrung. Der Ring gehört jetzt mir. Ach komm, wir geben ihn wieder. Ich bin wieder, ich bin wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Puh, gehen wir da mal hin oder? Ja komm, wir gehen da auch mal hin Was? Kann ich gerade nicht nutzen? So nicht untersuchen? Okay, vielleicht sind wir auch zu groß dafür Was haben wir hier schönes? Okay Okay Sie sind auf der Bühne. Und die Böden nur über ihre Rituale zu interessieren. Ich würde lieber Sie nicht essen von einem Böden. Ich probiere Grease und Palms. Das Ganze ist vorbei. Oh, denn das war so gut letzte Mal. Komm, Magran, gib ihm eine Chance. Du, zurück! Oh, nämlich wurdet ihr bereits überrascht. Ich gebe euch schon... Katze, was ist los? Ich will keinen Ärger. Kann ich nicht einfach passieren? Oh, was ist hier unten? Hm? Hm? Okay, aber... Okay, aber... und Sie haben die Blut auf Ihren Händen. Geben ihre Hoffnung, wenn Sie wollen. Die Dirtkissers würden uns sterben für die Blut-Grobe sterben. Wir müssen Arabella rauskommen, jetzt! Du hast gehört, die Gäste. Sie warten auf Corka, um zu geben. Das Wort. Ich würde schneller durch die Nine Hellen, als zu glauben, das Snake. Arabella hat versucht, ihre Eidl. Die Druid haben ihre verdammt Gedanken über sie. Sie brauchen sie für ihre Werteidung. Oh, es ist all meine Schuld. Ja sie ist noch ein Grund die Druiden übertreiben, ich rede mit denen, das stimmt allerdings. Danke, sie sind ja noch im Lernen-Prozess. Gut, aber das machen wir nächste Folge, wir sind nämlich grad schon drüber, sehe ich. Und ja, machen wir an dieser Stelle den Cut und dann sehen wir uns, dann haben wir gleich wieder in der nächsten Folge. Bis dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss! Ich weiß nicht, sie sehen sie!